Dass ich zwar die ganze Zeit streamen, aber gar nicht aufnehme. Ups. Gut, dass nicht so viel passiert ist. Es ist eigentlich... Naja doch. Es ist eigentlich schon viel passiert. Ah fuck. Ich hab was für dich. Quess. Bereit für Rock'n'Roll? Oh ja. Finde deine innerliche Harmonie. Äh innere. Oh. Und hole Typhons Forschungsdaten zurück. Ja, easy. Wir haben Typhons Forschungsdaten diesem Heilerbott gegeben. Turn. Aber er ist losgezogen und hat seine eigene Praxis aufgemacht. Was auch immer das heißen mag. Wenn Maliwan ihn findet, kriegen sie die Daten und kommen uns töten. Geh zu seinem Büro und hol sie zurück. Ich war. Okay. Wo ist das Büro? Nicht weit weg. Nee. Töte ihn nicht. Er ist ein total netter Kerl. Und kann super zuhören. Er hilft mir sogar mit dieser Arschkrampe fertig zu werden. Wie immer für ein mieses Arbeitsklima sorgen. Weint sie eher drüben? Na ja. Wirst du lieber... Glücklich oder lebendig? Was für ne komische Frage. Wir sehen uns mal beides. Boah. Zehn Verwandte. Wir nehmen doch ein Dingfest auch noch an. Ich... Mal hier. Ich... Na guck mal an. Jeder meint. Diese Tür führt zu Maschinen. Was immer das sein soll. Ach ja. Sie hat's mir ja gesagt. Sie glaubt die Maschine hat die große Kammer verschlossen. Ich frage sie. Was ist die große Kammer? Sie sieht mich eine Weile an. Die große Kammer, sagt sie dann. Ist der Grund, warum es keine Eridiana mehr gibt. Da. Der Kackefahrer. Ich schätze diese Typhonarchive sind weniger überzeugend. Wenn man den Mann mal kennengelernt hat. Es geht doch aber nichts über etwas Beute für die Massen. Kann da auch was Gutes rauskommen? Hier steht der Heldenmut ins Gesicht geschrieben. Ja. Ist vermutlich getrocknetes Blut. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie lange das Blut da schon in deinem Gesicht ist. Meine Fertigkeiten werden gebraucht. Tun sie das? Hilft Cruise die Fenstere-Kanone seiner Träumensung? Oh, Fenstere-Kanone. Typhon hat an dem Prototyp eine Verteidigungskanone gearbeitet. Wir werden sie fertigstellen, damit du diesen Maliwan-Panern wehtun kannst. Um sie abzufreuen? Ich wollte hier gar nicht hin, aber okay. Brauchen wir Wächter-Energie? Ja. Nimm diese Energiefalle. Ja. Welche? Wo? Ach da. Wir werden die Wächter-Energie nutzen, um die Kanone anzutreiben. Das... Wäsche ich dich jetzt erst mal. Ähm... Da geht die Kessel. Oh. Entschuldigung. Hä? War da eben nicht noch? Wir schießen einfach in den Himmel und tun niemandem weh. Zum Pampel. Ich schieße mit meiner neuen Waffe, wohin ich will. Kammeräger. Du musst die Energiefalle nutzen, um die Wächter-Energie zu sammeln. Geh in den Tempel. Ich weiß, wohin. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil da so ein richtig guter Platz war und einfach fix da war. So. Wow. Hey. Alles gleich. Okay. Das ist höher. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht, aber ist auch besser. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das... Oh ja! Oh. Das ist wahrscheinlich... Alles wieder Schrott. Irgendwie kann ich das nicht verkaufen. I don't know. Bei Mein ganz neuer Kumpel. um wer ich nennen ich habe ich jetzt noch ein Schilder wäre auch heute, dass es jetzt viel besser geht uh, ne ist die Freischaltung zack und zack das markieren, das endmarkieren, das endmarkieren und und, äh, das schafft es mir letztlich auch okay gleich mal ausprobieren, wie du guck mich nochmal, so, nein, so ah, wie cool ist das denn? mega geil so, ein Tempel irgendwo da hinten, ne? da so ach, da so ach, genau, ja gut, das kommt ungefähr ausgleichen aus aber war ach, ne, 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 ich weiß, wie wir hinkommen ich weiß, wie wir da hinkommen wir holen uns erstmal das Geilbüro weil wir es können das jetzt bis 50 das Gute daran ist an wird nie müde ja, das ist richtig das sind wir jetzt, ähm, in dem normalen Angriff das dadurch die Gegner innen drin Zustände abbekommen und dann nicht mehr so zurechnungsfähig sind und ich laufe falsch kurz vorm Ende, aber dann kommen noch zwei Quests und so oh ja, geil so, da müssen wir durch und dann kommen noch zwei Quests und so und dann kommen noch zwei Quests und so sooo, ist scheiße ist, äh, erst recht scheiße ist, äh, erst recht scheiße auch scheiße auch scheiße also langsam bei der, bei den Pistolen wird es langsam nicht peinlich und das sind nicht wirklich viel also bei den Pistolen, da hätten die schon längst was Besseres hätte schon längst was Besseres kommen müssen das ist aber 400 Elementar ich glaube, das hatte ich auch bei dem vielleicht ist dadurch, äh, ist da generell Pistole ankommen gewesen also von der Elementar, ja die Energiefalle zu platzieren wird jeden Wächter in der Nähe aggressiv machen also, Falle platzieren, dann laden und entsichern letztes Mal, als ich hier war, war, was sind hier weiß ich grad gar nicht, war, hier gibt, nee, stimmt, hier war keine Gitarre ja, kommen Sie, sei vorsichtig bin ich immer Vorsicht ist hier weniger gefragt wird in die Falle reinlaufen nein mit Badass kann ich die dumm was mit Bürgers genau so, was wir euch machen wird sie nur kommen, Kammerjäger Kammerjäger, deine Kirche sind eine Auffassung äh, zuerst beim Mord wahrscheinlich auch gelang keine Wund, und von Stratz dem Saber diese Wächter tun mir fast leid es ist nicht ihre Schuld an mir zu sehen da bist wir S.M.C. und große Kostop oh, ich dachte das ist was zu tun ich fand ich was zu tun ich bin zu laden he hab ich auch vorhin gefunden, selbst selber in der Schaden hab ich auch ger Williams ich hab jetzt in der Beschanne das ist falsch, dass ich an dem ich dirigere so oft für Schild aber Schlecht ist besser Das Leben ist ein Schatz, aber das Leben ist ein Schatz, oder? Ich interessiere nur, wer die Bucke da ist. Das ist gut. Wunder, du bist krass. Jetzt ist es andro. Was soll das jetzt überhaupt bringen? Gut gemacht. Wirklich gut. Ja, finde ich auch. Jetzt brauche ich Teile von Marley-1 Fahrzeugen. Ein Stabilisator von einem Zyklon und ein Stoßdämpfer von einem Outrunner sollten reichen. Natürlich hat man ja immer so viel Freude. Guck, 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 guck. So. Kommt ja, meine kleine. Ich will ein bisschen Spaß haben. Sag mir, dass das jemand gesehen hat. Wow. Keine Ahnung, wie du das machst, Kammerjäger. Nur gut, dass du auf unserer Seite stehst. Nur weil du ein feiger Einfallspinsel bist, heißt das nicht, dass alle so sind wie du. Dann pinsel ich halt ein paar Marshmallows mit Honigheim. Ich träume davon, dich zu töten. Wer träumt das nicht? Das war voll gut. Warte! Warte! Sie sehen so lustig aus. Ich wünschte, ich könnte sowas fahren. Nein! Sowas nein! Du erfüllst kaum deine Primärfunktion. Als Fahrzeug wärst du eine Katastrophe. Sieht aus, als hättest du alles. Kehre zu mir zurück. Dann bauen wir unsere finstere Kanone zusammen. Ich liebe eine gute Kanone. Oh. Eine gute Kanone. Wir wollen uns auch zurück und dann gehen wir auf der Nacht um. Oben. Ähm. Achso. Ich weiß nicht. Bin ich jetzt immer noch? Ha? Hoi! Haben wir perfekt gepaart. Ein Umstieg. Ah. Kehre zum... ...Morschwurms. Zurück! Ah! platziere die teile die du gesammelt hast und leg die energiefälle neben dem prototyp gut dass ich das gerade nicht damit geblockt habe ich reiße dir früher oder später sowieso alles aus den händen ist ja widerlich mach das bitte nicht ich nicht so aber ein da ist wahrscheinlich nicht gut diese energie ist wichtig Äh, das sieht nicht sicher aus. Ja. Falscher Alarm! Ja. Irgendwie haben wir dieses helle Licht überlegt. Bitte sehr, Kammerjäger. Unsere finstere Kanone wartet. Sie ist so wunderschön. So finster. Und so Kanon nicht. Deine Bezahlung, Kammerjäger. Wem ist du denn abgeschossen? Worauf wartest du? Du hast eine schicke finstere Kanone, oder nicht? Geh da raus und töte ein paar Malewon. Du Naturgewalt, du. Du wundervolles Monster. Boom, boom, Baby. Flötet der mit mir? Und wie er das tut. Du wirst für mich arbeiten. Schlechte Schwingungen. Diese Necrowbeben liegen alles in Schutt und Asche. Aber das ist furchtbar. Wir müssen sie stoppen. Du hast sicher die Necrowbeben gespielt, Ka-Ager. Das muss Maliwons Werk sein. Alles klar. Bebenzeit ist die beste Zeit. Wie du siehst, findet Sparrow Necrowbeben lustig und cool. Aber wenn die nicht aufhören, wird dieser Planet in Stücke gerissen und alles darauf wird ausgelöscht. Was objektiv betrachtet nicht cool ist. Setze diese Signale ein, um die Quelle der Beben zu finden. Will ich das? Will ich das? Ah, da. Oh! Nimm noch ein paar Sprengsätze mit. Frage Fälle. Platziere zuerst das erste Signal. Hier drin, oder wie? Wow. Ich hab grad darüber nachgedacht, wie cool du bist. Tja. Gut. Nur zwei. Wir müssen die Signale triangulieren, um die Quelle des Necrowbebens zu bestimmen. Äh. Was? Äh. Hä? Da? Und? Da. Okay. Krieche. Wupp. Die Waffe haben wir jetzt bekommen. Ihr dürft nie die Laserströme kreuzen. Das sieht nicht gut aus, die Waffe. Aber die ist bestimmt witzig. Probieren wir mal aus. Probieren wir mal aus. Nachher war ja was. Du kannst nicht wegrennen, Kammerjäger. Naja, du kannst schon. Ja. Aber ich finde dich... In meinem Schiff, damit das klar ist. Das hat den Vorteil, dass ich damit im Vorteil bin. Das geht rein, oder? Ich sterbe gerade, weiß ich. Witzig, ja. Und auf jeden Fall seine Dasein. Aber... Ja. Aber... Ja. Das bedeutet, dass du das Signal platziert hast, anstatt vom Alptraumhaften Bestien gefressen zu werden. Wenn Spongers Überlebensinstinkt noch so ausgeprägt wäre wie deiner, hätten wir diesen unwirtlichen Planeten längst dezent. Ja, das ist ja doch nicht klar. Ich hasse Überlebensinstinkte. Guck mal! Und du weißt, dass du brennst. Oh, Kacke! Du weißt nein, tue ich nicht. Du hast mich reingelegt. Ja, gleich weit ist halt nicht. Auf der anderen Seite, wann benutze ich schon ein Scharfschützengewehr. Oh, ja. Wurde ich auch nicht. Oh, yeah. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Hä? Boom! Wurde ich hier rein? Digga, bürde da... Nein. Da hätten wir schon, okay. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö da muss ich ja bestimmt in die mitte oder so ich habe eine weitere frequenz bemerkt was bedeutet dass du nicht von gefräßigen tieren in stücke gerissen wurde das andere signal platziert hast gut jetzt kann ich triangulieren ein moment warst du brennst ich versuche mich zu konzentrieren okay ich sende dir die koordinatenkammerjäger klingt interessant wo müssen wir führen da und da werde ich da unten kommen ja cool ab geht die party ich bin Ah, gut, dass wir oben geguckt haben. Piep, piep. Ähm, ähm, na, fuck! Geh jetzt unter die Erde und such die Quelle dieser Beben. Hätte ich ja gerne. Hab ich mir runtergefallen. Nochmal. So, jetzt aber. Zack, rein da mal. Mit Sicherheit sind diese Necro-Beben Marley-Warns weg. Aber ihre Zeit wird kommen. Dann werden wir die Fauna dieses Planeten ständig ausrotten. Und dann wird endlich alles ruhig sein. Hm? Das klang irgendwie, als wolltest du jedes Leben auf dem Planeten töten. Außer uns. Ja. Oh nein, das ist ein Blöder. Oh, wir sind nett. Wow. Der ist, äh... Der ist ein Blöder. Oh, wir sind da oben. Oh, wir sind da oben. Oh, wir sind da oben. Kein zu Hause! Ach, das funktioniert jetzt nicht gut. Hier oben ist nischs. Können wir da weiter hier? Ufff. So. Ja doch. Nicht wenn du deine Primärprotokolle erfüllst. Also würde er sie töten. Unseren Lebensraum sauber und ordentlich zu halten. Hm. Naja. Ja. Das ist ein Worm. Ja. Ja. Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Geht doch! Boah, das war gerade etwas so gut für der Aparta. Vielleicht gucke ich auch viel zu sehr auf die Karte. Ist ja auch scheißegal, ich gucke auf die Karte. Das ist ein Kisten! Blut! Nein! Wenn ich mal vergesse, aufzuräumen? Dann bist du gut. Was wäre bedauerlich? Lass auf den Hinterkopf bedauerlich oder ich werde verschraufelt bedauerlich. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Mal sehen. Sag das Scheiße! Was? Das ist jetzt extra da hingelaufen, ganz langsam hingelaufen. Nur? Nur? Ich gucke mich von draußen. Boah! Schnauze! Na? Ja! Ich hab' auch Zeit! Äh... Du? Ja! Und wie ihr habt? Einst lebten wir Seite an Seite mit den Eredianern, und doch hat bereits das Vergessen eingesetzt. Wir fürchteten einander nicht. Es gab nur Ehrfurcht auf der einen Seite und eine gewisse Traurigkeit auf der anderen. Sie haben nie verraten, ob sie ihr Schicksal im Voraus kannten. Aber sie haben uns auch nie gesagt, dass wir eine Wahl hatten. Das ist ungünstig. Aber, ja, hat mir das jetzt auch nicht gebracht, ne? Also, bei manchen kriege ich ja dann eine Quest oder so und dann hier einfach nur nix. Sorry. Halt ich ihn nochmal belästigen? Nein. Hm. Weiß ich, ich hab irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Auf. Ja, ähm. Jetzt muss ich wieder hoch, oder wie? Ja. Das war gar nicht mal, Ewan. Das hat die Bienen verursacht. Das ist einseitig, Sparrows Inkompetenz zu schulden. Äh, was? Ich werde mich später um ihn kümmern. Du hast noch die Sprengsätze, oder Kammerjäger? Ich hoffe, da kommt dann keine Lava raus. Werde ich dann sterben. Hatte ich nicht nur zwei Sprengsätze? Da ist jetzt auch schon eine dritte, die ich gesetzt habe. Lockenfehler! Oh mein Gott! Oh! Okay, es kommt die Luft raus. Kann ich da auch? Du überkennst nicht. Ich hasse dich. Das sollte reichen, Kammerjäger. Geh zu mir zurück und hol dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit ab. Aber erwarte nicht zu viel. Es ist eigentlich kein Zeichen, sondern nur Geld. Kammerjäger, breite den Luftstrom. Nein, nein. Du bist nicht. Komm schon, das wird lustig. Das wird nicht lustig. Doch, so definitiv lustig. So. Wieso ist hier oben kein geiler Lut? Ich hab mir was richtig krasses getraut und ich krieg einfach gar nichts. Wow. Ich bin so enttäuscht von mir selber. Ich hätte besser reiten sollen. Ah. Ähm. Kann man drüber. Ist das irgendwas? Ist das irgendwas? Nö. So, von hier oben kann ich nichts machen. Okay. Ja, dann versuche ich, das auf einer Verwaltung zu springen. Ich mach das echt gut! Ah. Lässt sich Ruhe streiten. Die das wirklich gut macht, ist, ähm. Da, 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 da. Hey. Mal kaufen. Du haste, ich habe Munition. Nein. Ich hatte auch mal sowas. Aha, 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 gut, gut, das war sehr interessant. Ah, wer sucht? Nein, zu dir wollte ich nicht. Die Necrobeben haben aufgehört. Danke, Kammeräger. Unser Überleben ist besichert. Vorerst. Woo! Und, da hört auch die Quest auf. Aber ich glaube, von dem, ähm, roten Werden war, oh, zwei Stück bekommen. Das hier war's, glaube ich. Ja. Ja, ja, ja. Dann können wir jetzt durch die verschlossene Tür wahrscheinlich durch. Ich war gerade leicht verwirrt. So, hä, da ist ja ne Waren. Wie komme ich jetzt wieder raus? Hier wünsche ich mir dann manchmal so einen schönen Fuß. Wow. Den wir dann laufen können, aber, äh, äh, äh. Hey, Kaioth! Vaughn, sagt Pandora, zittert wie ein Eisgag mit Fieberträumen. Kein Wort von Tyreen. Aber wir halten dir den Hintern frei. Was mein Lieblingsteil von dir ist, wie du weißt. Und Typhon? Äh, darf ich dich Typhon nennen? Gibt es eine Mrs. De Leon? Ja, Leder. Die ist aber tot. Oh, das tut mir sehr leid. Ja. Kammerjäger, wenn sich die Gelegenheit ergibt, hol mir bitte ein Autogramm von Typhon De Leon. Oh, und eine Haarsträhne ist für Forschungszwecke. Äh, hör zu. Törn ist ein Meisterheiler. Deine Ideen sind ein wenig abgefahren, aber lass es einfach zu. Benutz die Sprechanlage und ab, was das hören muss. Oh, und, äh, töte ihn bitte nicht. Oder doch? Nein. Außerdem gibt dir Törn am Ende jeder Sitzung ein glänzendes Stück Iridium, wenn du ihn nicht tötest. Jeder, der dir einen Kristall gibt, ist glaubwürdig. Grüße, voraussichtlicher Patient. Ich spüre, warum Sparrow und Groose dich geschickt haben. Und ich kann helfen. Aber zuerst, ist dein Bewusstsein zentriert? Und bist du bereit zu wachsen? Sicher bin ich das. Aha, aber ist deine Energie richtig zentriert? Lass mich einen Moment lang deinen Energiefluss beobachten. Was will der? Ich spüre, dass du eine stressige Arbeitsumgebung hast. Und dass du das Schicksal des Universums auf deinen Schultern lasten spürst. Interessant. Jetzt sehe ich, dass deine Energie fließt. Zentriere weiter. Yep, zentrieren, alles klar. Ein bisschen mehr nach links. Lass mich einfach rein. Na bitte, jetzt bist du richtig zentriert und bereit für die Heilung. Bitte, betritt mein Hand. Heile mich. Oh, wow. Vergiss nicht, das hier ist ein heiliger Raum, wo alle Lebensformen in Harmonie koexistieren können. Ich bin immer in Harmonie. Deine erste Diagnosesitzung ist kostenlos. Danach nehme ich eine nominelle Gebühr von 1000 Dollar pro kosmischer Neuzentrierung. Für den Anfang leg dich bitte auf die Couch. Tja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Auch gut. Dein Pfad führt dich dahin, wohin er dich führen muss. Mit dem auch sei, wir machen weiter. Ich möchte, dass du dich kreativ ausdrückst. Das legt die Seele frei. Nutze diese Farbe und hob dich an der Leinwand aus. Welche fucking Leinwand. Welche Farbe. Die Musik. Ich fühle mich schlecht gemobbt. Geh und schleiche dagegen. Ja, exzellent. Und jetzt male, was in deinem Herzen ist. Im Herzen deiner Seele. Bitte irgendwas bei Versus. Bitte irgendwas bei Versus. Ah! Ich sehe da sehr vieles. Ich verstehe. Deine Kunst verrät mir, dass du dich gefangen fühlst in einem endlosen Kreis aus Gewalt und materiellen Erhobenschaften. Ich weiß, wie man deinen Kreis bespricht. Ein prächtiges Geschenk nur für dich. Bitte öffne die Truhe der Ruhe. Für eine glorreiche Belohnung in Anerkennung deiner alten Arbeitgeleute. Die Truhe der Ruhe. Oh, wie schade. 53. Nicht das, was du erwartet warst. Und was fühlst du dabei? Dass du ein Penner bist? Ja, ja. Du drückst dich aus. Es ist Zeit, deine Behandlung zu starten. Hör aufmerksam zu. Du musst mir komplett vertrauen, damit die Behandlung wirbt. Unter keinen Umständen darfst du zu Gewalt greifen. Äh, wir werden sehen. Ich will mich glasklar ausdrücken. Wir können den Pfad der Heilung nicht Hand in Hand beschreiten mit einer Barriere zwischen uns. Ich öffne mich dir und du musst dasselbe tun. Erschieß mich nicht. Das kann ich gar nicht genug betonen. Bitte treib nicht zu Gewalt. Es tut deinem Besten. Das machst du sehr gut. Aber die Behandlung muss weitergehen. Ich weiß nicht. Macht er das eigentlich bewusst, dass er mich nicht tutet? Was eigentlich, wenn ich keine Lebensgeneration habe? Und jetzt ist es Zeit für eine Wiedergebung. Ich weiß nicht, ob das nicht die richtige Entscheidung war. Ich hätte ihn einfach umknallen sollen. Aber so ist es viel für die Gange. Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast dich dem Tod furchtlos gestellt. Und jetzt ist deine Diagnose abgeschlossen. Ich freue mich. Ich nicht. Ich bin sehr stolz auf unsere zukünftigen Sitzungen. Also, ich weiß, dass Gruß wegen der Sicherheit des Labors besorgt ist. Hier ist mein Datenkern mit allen Forschungsdaten von Typhon drauf. Ich brauche ihn nicht mehr. Die Bots werden sicher sein. Ich soll den ganzen Weg auch noch zurücklaufen. Ja, danke dafür. Dann laufen wir mal ein Stückchen. Dann können wir wieder... Nein, nein, zurücklaufen müssen wir nicht. Dann können wir uns wenigstens bohren. Immerhin. Ja, moin. Ah, danke. Kein Bock. Und hier ist dein Gratis-Gerritium. Weil du so ein guter Patient warst. Nun geh und bleib friedfertig. Gib mir den Lolli. Namaste. Gib mir den Lolli. Drei. Drei. Oh, hoppla. Wollte ich gar nicht. Wupp. Da-da-da-da. Da-da-da. Ja, hier. Ich für meinen Teil bin froh, dass Törn nicht tot ist. Danke, Kammerjäger. Bitte, Törn. Ich habe eine besonders große Belohnung für dich, weil du deine mitfühlende Seite gezeigt hast. Vielleicht ist das nicht das. Mitgefühl ist für Idioten mit Bedfraß. Nun, dann nenn mich halt einen Idioten. Okay. Idioten. Du bist ein Idiot. Uh, die epische Waffe. Die bestimmt nicht überhaupt komplett für den Arsch ist. Sie ist komplett für den Arsch. Wird deine Seele vernichtet? Kills mit Wut erhöhen den Schaden und wohnen seinen Rentschaden. Aha. Direkte Treffer mit Freunden heilen und entfernen Wut. Das kann im Teamspiel echt praktisch sein. Nur blöd, dass ich nicht im Team spiele. Ich finde den Fehler. Begiblich zur Kammer, bla 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 bla. Ach so, jetzt müssen wir hier lang. Ja, gut, dass da das Auto hier schon versteht. Hörtlich, dass ich das gemacht habe. So. Geh weiter, Quest. Geh weiter. Und zufälligerweise kommen jetzt hier keine Gegner, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel ich... Ah, ja, Aufnahme. Starten wir mal hier neu. Den Weg braucht man ja nicht sehen.